Das wie gesagt, unterdessen schon mehrmals, dass mir Ware weggekommen ist. Ah hier, besonderer Gegenstand, da ist er ja. Das verkaufen wir jetzt, der besondere Gegenstand. Wenn du nicht etwas Schmerz auf dem Weg gehst, dann bekommen wir unsere Payment. Ach so, wo ich hin muss? Ja, sehr gut. Kurvenradios, wie eine alte Oma hier, verkaufen wir den Scheiß Dreck, sollte kein Problem sein, wir sind alleine. Da nicht auf Schiessereien einlassen, das braucht nur viel Zeit, einfach möglichst geschmeidig davon fahren. Und nicht aufs GPS verlassen, weil es ist nicht der kürzeste Weg. Es ist nicht der schnellste Weg und nicht der kürzeste, es ist einfach der dümmste Weg, der da angezeigt wird. Also als Grundregel möglichst nie an das Navigationsgerät halten. Und das war's. Das sind 230.000 Reiche sind wir. Und das war's. Und das war's. Und das war's.